Eine der wichtigsten Erkenntnisse unserer Forschungsarbeit war, dass Biogas auch zukünftig ein wichtiger Bestandteil in der Herstellung und Nutzung regenerativer Energien sein kann. Das ist eine Erkenntnis, die wir schon seit vielen Jahrzehnten haben, die wir mit unseren Forschungsergebnissen aber verstetigen konnten und auch bestätigen konnten. Und darüber hinaus waren wir in der Lage, neue Verfahren zu entwickeln, die dazu beitragen können, Biogas in Zukunft noch nachhaltiger produzieren und nutzen zu können.